Ich bin auf dem Weg zu ihm, komm her, komm her, die Box sind kaputt, die Box sind alle kaputt. Er hat schon zwei Hits, drei, hau nicht mich, er ist oben. Er ist draußen, er ist draußen, er rennt zu Blutty, er rennt zu Blutty. Blutty, hau ihn kaputt. Hey, hast du ne Waffe? Nein, ich hab ne Waffe, ich hab ne Waffe. Find ne Waffe? Der ist schon super low, ey, der muss noch wie einen Schuss geben oder so, das ist ja toll. Wenn du triffst. Ich hab ne Nate. Warte, warte, nein, 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 nicht boxen, hau ihn nicht kaputt. Wir müssen erst mit ihm reden. Ich hab den Wall Street nicht an. Ich schon. Mein Freund, wo sind Sie? Da f*** Sie! Ja. Wo ist der Bastard? Tot. Der hatte nichts. Hier ist noch einer. Ah! Wo ist der Bastard? Wo ist der Bastard? Ja. Ich hab nur ne Pistil. But I don't know who, where, where he is. Ja, ich hab... Ich bin jetzt erst nach Hause gegangen und bin 18 gefunden. Und ne Extended Quickdraw dafür, das ist... Ja, auch ganz viel Extended Quickdraw schon. Aber kein Gas. Schnauzer. Aber kein Gas. Kein Gas! Nobody Snares. Außer Morgana. Hm? Häng dich auf, bitte. Häng dich dreimal auf. Deine Existenz allein ist eine Gefährdung für die Menschheit. Deswegen bin ich doch hier. Ich bin der Anti-Christ. Das halte ich für ein Gerücht. Ja, und der Anti-Skill hat grad eine K gefunden. Herzlichen Dank. Du hast mit der K letzte Runde keinen One-Shot gemacht. Der hat die Leute mal aufgescheucht, bevor ich die ordentlich anaimen konnte. Wo ist eigentlich der andere Schienabschling? Ey, ich hab's noch gar nicht gesehen gehabt, wenn ich sie sehe. Drei und halb Kilometer von uns weg. Sieh ich schon, wie alles einschlägt dort. Ich hab... Scheiß drauf. Ich hab auch nur ne Piste. Ich hab kein Backpack, keine Veste. Ich hab ne Piste. Das hab ich halt tatsächlich auch nicht. Ich hab ne UNP und sonst... Ach, noch nen Helm hab ich noch. Aber sonst nix. Schmuck hier, ich schmuck. Haben wir ein Auto? Schmuck hier, ich schmuck, schmuck, schmuck hier. Ich lach mal nach Norden, ne? Boah, was hatte ich letzte Zeit? Ich hab ja vierte Duri angekündigt. Moment mal, da ist jemand. Da ist ein AK-Typ über... Richtig. Auf Nord-Osten. Von mir aus. Ja. Hier direkt über unserem Berg. Oh, leg dich auf den Baum. Ja, ohne Visier. Fischknepp. Ja, gib dir. Ja, Noscope, was ist los? Noscope? Okay. 720 Noscope. 720. Oh, nice. Hab ihn getroffen. Schöner Hit. Sorry, ich kann nicht so gut auf den Kopf zielen. Ja, ja, bleib aber dort auf dem Winkel. Ich lauf um hier rum, dass er dann wieder zu dir kommen muss. Wenn er nicht von mir rum... Ja, ja. Was ist kein Kugeln? Noll. Ausgenockt. Ich verschwend keine Kugeln mehr auf ihn, ne? Ja, alles gut. Ich mach ne Pistole. Box ihn behindert, what the fuck. Dann kann ich nach unten boxen. Ja, der eine ist aufgestanden. Oh, guck mal. Wo ist der andere? Tot. Ist ein Freekill für mich. Wuh! Warte, 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 warte. Geh hin, geh hin. Geh hin. Und dann? Der ist schon schon tot, Digga. Vincent, würdest du so nett, mich in der Limousine holen? Ich habe keine Limousine. Ich habe auch kein anderes Fahrzeug. Warum hast du so ein Fahrzeug? Hast du einen Levio, Sir? Ich habe keine Ahnung. Willst du wirklich, mich fahren? Willst du wirklich das? Ich werde dich töten, du kennst das? Weißt du das? Wegen den scheiß Spasten, das aus den Augen verloren, wo der Airdrop runtergegangen ist. Hat er mir zufällig noch einen Scope für eine K oder so? Wahrscheinlich nicht, ne? Bist du bei Indert, Junge? Da war gerade ein 2er Scope mit dabei beim Ansagen. Hast du gerade nicht geäten? Alter. Ja! Ja! Lass mich aufrufen! Ne, warte, warte, warte. Sorry, Mike. Ich? Guck gar nichts, gibst du gleich nicht ein. Mike, bleib stehen, du Wichser! Ich habe nicht zugehört, weil ich gerade so kassiert darauf war, nach vorne zu gucken. Ich glaube, dass hier jemand ist. Der hat dir eigentlich so die Überschille gegeben eben. Mike! Mike und der Kahn, Bodyshot. Mike ist zur Zeit so richtig feminaziel-like, insta-triggered. Moment, ist der Jeep da oben? Den habe ich gerade angestellt. Yes! My brain just doesn't work. Gerade geht erdhaft aus dem Bach runter, ey. Vincent, willst du Bandage aber fast 8-Kid für dein Leben? Ey, Mike! Wenn ich das Pay jetzt zurück so. Mike! Meine Wester hast du beschädigt. Ah, wir können auch Wester tauschen. Nö, du willst doch gleich bestimmt. Wobei nicht heimlich, ich hab Bandage, ich hab 15 Stück. Mike! Was? Tust du mal bei mich kommen? Warum? Komm her! Hey! Ich werde keine Fragen, sonst gibt's Crossbow zwischen die Hoden. Airdrop aus Nordwesten. Airdrop aus Nordwesten. Nein, das Vierer nehme ich. What the fuck? Na ja. Lati, du kannst das noch nicht benutzen. Doch nicht. Komm schon. Wir geben dir das mit zurück. Er gibt das eh nicht mit zurück. Ey, was ist jetzt hier? Du kriegst den Tiras noch von dir. Der Drop ist irgendwie behindert. Sagst du richtig vital, ey? Er ist irgendwie am Arsch der Welt. Entweder ganz weit in Nordwesten oder ganz weit in Südosten. Er ist halt direkt verlaufen. You cannot escape your fate. Da. Er ist halt einfach weg. Lass mich das Haus da bitte looten. Ich hab nichts. Hol dir die große Scheune, Digga. Ja, Mann. What the fuck? Da ist einer. Das ist nicht unser. Das ist nicht unser Nate gewesen. Das ist echt unser. Das ist hier oben im Haus, oder? What? What? Die sitzen halt hier echt oben im Haus. Links ums Haus, links ums Haus, Mike. Da oben da hinten ist. Ah! Oh my fucking God, was geht denn jetzt ab? Ist das nicht oben im Haus? Nein, der war außen. Ah, ich seh's. Einer steht oben im Haus. Einen ausgenockt. What the fuck? Ach, komm schon. Einer ist direkt bei mir ein, der ist bei mir auf. Ja, ich würde gern dir helfen, aber ich bin wieder in die Scheiße runtergefallen, ey. Das meine ich nicht. Äh, er hebt seinen Buddy auf, er hebt seinen Buddy auf. Nein, tu dir nicht. I can't go fuck you so hard. Boah, Alter. Das wird auch falsch. Ach du... Sorry. Ich hab den falschen gefinished. Hä? Was war denn? Äh, kurze Frage. Warum ist mein Buddy oben in dem Haus drin? Keine Ahnung. Was war das denn? Ich hab den einen Typ voll mit der Dings ins Gesicht geschossen. Kein Teamplay, Alter. Und dein Maid, Alter, denkst du nice, er knallt dich weg. Es tut mir leid, ich war gefordert. You know why? Ey, das ist mit der belebtseiten Buddy wieder. Und ich dachte, der wäre dort hinten und nicht hier vorne. Da rollt die Heroin-Spritze weg, Ben. Oh, jetzt wissen wir warum, ey. Er hat sich instant Heroin gedrückt. Er kommt auf die Schuld des Teamkills nicht klar. Jetzt kommt er zu rum. Das ist grad so geil, so. Ich seh nur so. Guck mal, ich... Ich lauf dann aufm... Wer hat mich jetzt geteamkillt? Aber ich hab doch gesagt, ich hab das Gefühl, hier ist einer. Ja, das ging irgendwie runter. So, jetzt muss ich mal bloody looten. Das war ein schwerer Kill. Hat dir im Herzen weh, aber jetzt musst du trotzdem... Jetzt muss ich leider trotzdem bloody looten. Das tut mir ganz schön leid. Was? Das ist grad einfach nur zu geil, Alter. Der ist so, hm, okay, Ben. Wer läuft dahin? So, wo war das denn heute? Das war dein Himmel. Da habe ich so. Was zur Hölle hast du an meiner Leiche gelootet? Du hast länger gelootet an meiner Leiche als irgendwie? Hier ist noch ein SKS, Jungs. Der Sprung ist sogar übrig. Du brauchst nicht mehr in Mehrzahl sprechen. Jetzt ist es da nur noch Maikgal, du Affe. Ich hab trotzdem Mehrzahl verzieren, dass nicht in Ruhe. Oh, warte, wie hört sich das an? Aber wenn ich wirklich da hinfahren, ich hab ne Car. Das steigst du halt hier irgendwo am Rand aus. Soll ich dich hier rauslassen? Ja, okay. Ja. Kannst kurz stoppen? Tadaa! Da wird schon geschossen auf dich, lustigerweise. Nein, nicht auf mich. Nein? Nein! Aber trotzdem ist das irgendwo bei dir oben. Oh. What? Hat das jemand gesehen, dass der Typ grad mit nem Einerhelmen Car-Shot getankt hat? Ich kann grad nicht gucken. Da hast du mich auf den Kopf getroffen. Ganz einfach. Da hast du ihn ein zweites Luftloch geschossen. Oh, oh. Auf mich nicht geschossen. Wuh! Wenn ich sehen würde, von wo würde ich zurückschießen. Ah, ich seh von wo. Oh. Ja, schön Mike. Oh! Oh! Die sind an der Fuckboy-Shot, ne? Oh! Mike ist an der Killing-Spie, bitches! Mike, der letzte kommt, der letzte. Oh, du Opfer! Oh! Oh! Nice! Nice! Alle vier! Oh! 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 Kannst du den anderen noch sehen, den anderen Airdrop, ob da jemand dran ist? Ja, ich kann den noch sehen. Da liegt einer dran, oder? Ne, da liegt keiner dran. Dein, ne? Wollen wir da auch noch hinfahren? Aber Alter, hab ich die zerrippt! Ja, lief gut. Ich hab noch ein paar Hits von der Seite rein gemacht und dann lief das. Siehste? Und deswegen nicht zusammen rumrennen. Die liegen auch alle auf dem Haufen, lol. Die haben nicht gerafft, von wo du schießt, glaub ich. Doch, die wussten, von wo ich schießt. Das ist aber das geilste, der eine Typ jetzt ins Auto gestiegen ist und den instant rausgeballert. Ne, Flandi, da hast du's gesehen. Der Schuss war nice. Ne, der Schuss war... Oh mein Gott! Oh, all the loot! Hier ist noch ne Pan. Die nehm ich. Zweier-Scopes, Tonnenweise... Ah, hier, 5-5-6er. Da kommt ein Mu7 Norden. Ich wollt grad sagen. Ich hab's auch gesehen im Hintergrund. Fahren die zum Airdrop? Kann ich die von hier aus noch sehen? Ja, kann ich. Okay. Aber die sind nicht zum Airdrop gefahren, glaub ich. Da ist noch ein Moppet. Das Moppet fährt straight durch. Welches Moppet? Ach, das Moppet. Der hat ein Moppet bei Mike. Ja, ich seh's da hinten. Na, drehst du den Airdrop? Glaubt ihr, glaubt ihr, glaubt ihr, glaubt ihr, glaubt ihr jemand mich hier zwischen den ganzen Lootboxen? Da ist auch ein Buggy mitten aufm Feld. Oh, Moment mal. Da ist jemand am Airdrop. Der N-U-A-Z ist am Airdrop. Ich hab's überhaupt gesehen. Ja, ich hab glaub ich nichts gehittet. Hitter uns, hitter uns, hitter uns, hitter uns. Hat angehalten, ne? Ja. Können wir uns bewegen, einfach mit dem Auto wegfahren oder so? Das wär eigentlich ne ziemlich geile Idee. Vielleicht, vielleicht reagieren die auf den Loot? Ja, ähm, Gilly auf 330. Gilly? Ja, Gilly läuft da rum. Der läuft zum Airdrop, glaub ich, zu dem, äh, wo ich mein U.S.E. hab stehen lassen. Jo. Ich glaub aber, ja, hier oben ist auch noch einer lang gelaufen Westen. Ja, da kommen noch mehr hinterher. Da kommen noch drei hinterher, hinter dem Gilly. Der Gilly ist vorgelaufen. Sie laufen und laufen und laufen. Einer kommt zu uns. In unsere Richtung. Gesehen. Ich hab ihn getroffen. Oh, der Gilly, ich hab ihn gesehen. Komm, ich hab ihn gesehen, ne? Ja. Ausgenockt. Weiter, noch weiter, äh, westlich. Nordwesten von mir aus. Außerhalb der Zone. Der Gilly und der andere Typ sind immer noch ausgenockt. Granate. Aus von mir. Gilly ist tot. Wo ist der Dude, der hier gepusht hat? Der war in der Zone, der hat weiter nach hinten. Der steht hinter dem Raum. Ja, aber der kommt noch nicht weg. Zwischen Nordwesten 330. Der kommt nicht hier weg und wir kommen nicht hier weg. Das ist wieder mega behindert. Doch, warte, ich kann pushen hier, Ben. Meinst du, du kannst da pushen? Ich hab hier noch einen Baum. Alles für den Gilly. Alles für den Gilly. Ich kann auch noch an einen Baum pushen, wo der Gilly dran liegt, aber... Ab ihn. Nice. Oh, nice shot. Gilly hast du dir verdient. Gilly. Gilly, wo bist du? Hallo Gilly. Heute ist echt... Das ist meine Runde, oder? Ganz oben? Oder wollen wir hier ein bisschen höher? Ja. Hier fand ich's grad eigentlich ziemlich gut, weil ich grad hier hochgucken konnte. Da oben, der ULZ. Ja, da werden wahrscheinlich die Dudes sein. Mh... Uncool. Da stehen sogar zwei ULZs. Oh, hier ist ein Schallgedämpftes irgendwas oben bei mir. Ich schiebe. Down. Nice. Aber der Gilly ist nicht down. Ah, der ist tot. Nice. Schalldämpft auf der K. Hat der ja. Auto hinter uns. Oh, shit. Hinter uns wird halt wirklich noch geschossen. Aber wir müssen runterbinden. Das ist mein Problem. Ich hab den Schalli mitgenommen. Ich hab noch ein Dreierbeste mit. Oh, shit. Wir werden beschossen. Ausbestarrt mit Sicherheit. Alter. Wir haben hinten fast null Deckung, ne? Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Ach, lol. Die sind hier mitten. Wir rennen grad alle dahin. Mitten auf dem Feld rennen alle grad rum. Oh, hier ist schon einer an dem Ding zerlegt worden. Na geil. Das ist ja. Das ist ja. Positiv. Ja. Ja. Ich sage. Ist ja positiv. Und jetzt plötzlich die andere Seite. Ach komm. Also irgendwo im Osten muss was auf mich schießen. Da. Fuck, bullshit. Das ist einer. Oh, Gott. What the fuck. Sobald man aufsteht. Ach, nimm du uns. Der Loll. Wir waren in dem scheiß Busch drin. Nicht dein Ernst. What? Der ist direkt neben mir gewesen grad. Ach. Och komm, alter. Was für ein Bullshit. Hast du ihn erschossen? Ja, ja. Ich hab ihn gekillt. Aber ich hab erst mal nicht gesehen, dass da einer war. What the fuck? Ja. Jetzt hab ich doch gesagt, dass du dir hin, der bescheiner ist. Du musst trotzdem Richtung Zone halt kriechen langsam. Du bist dort offen, wenn du drüber kriegst. Dann sehen wir alles. Du bist tatsächlich gar nicht so schlecht zu sehen. Danke. Das hilft mir. Irgendwo hier in den Büschen müssen aber noch Leute sitzen. Was ist das für ein Problem gerade? Boah, hier sind ja vorhin Leute rumgesprintet. Ach ne, dort am Fuckboy-Chat. Er hat grad Blut gespritzt. Hä? 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 Kann ich dir auskriechen? Nein, kann ich nicht. Vielleicht doch. Aber du kannst versuchen zumindest. Oh, ja. Ein großer, schöner, fucking Fleck. Leerheit. Ah! Das ist oben im Haus, denk ich. Ja. Das ist aber auch der Schally. Jawoll. Du musst in die Stadt. Und er dich gesehen. Du musst oder so in die Stadt oder du musst ihn killen. Ja. Du musst in die Stadt. Du musst jetzt Admischendes. Entschuldigung. Ja. Oh, ja, nein. Du musst in die Stadt. Du musst aus doesnenhaft Nokolmakt. Du musst in die Stadt. Du musst in die Hallo zusammen jakiś. Du musst in die Stadt. Du musst auf den Wagbarn. Du bist不足. Du musst in die Stadtes. Du musst in die Stadt. Nein, komm schon. Der hat ein Dreier. Ah. I'm hooked on a feeling. Das ist der schlechteste Spot, in den ich hätte reingehen können. Dann laufst du noch weiter. Setz dich oben in den Busch. Nein, nein, nein. I am the mud. Gespielt Harry Potter. I am the mud and the mud is me. I am the mud and the mud is me. I am the mud. 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 I am the mud.